Der wird ganz nett, einmal das mal, weil er nimmt allein raus, ein Loch höher wieder. Und wie gesagt, weil der Kodak schon seit fast 30 Jahren dabei im Wettkampfsport vom Gang drücken, vorher war er Kugelstoßer, ich glaube, dass auch ein Applaus werden, oder? Das ist 55. 200 Kilo jetzt für ihn. Im zweiten Versuch. Start. Es. Durch. Komm durch. Weg. Jawohl. 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 Jetzt die 10er. Ja. 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 Ja, da hat er mich gegen den Stoff zastrochen. Und letzte Halle. Ich habe die. Ich habe die kleinen Scheiben vergessen. Weiß so. Hast du 2-5? Ich habe die kleinen Scheiben vergessen. Ich habe keine kleinen Scheiben vergessen. Ich hab die vergessen. Ja, ja. Nimmst du 2-5? Ja, ja. Wir feuern den Wartabahn. Wir haben 10 Kilo getrunken. Vor 5 Jahren war die Extreme. Und jetzt hat er 205 News. Feuert ihn ein bisschen an. 55 Jahre alt. Frau Walle, die gehen. Hier hin. Start. Frau Walle. Rest. Applaus 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 Frau Walle, 200 Kilo ab. Applaus 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 Applaus